Ja wunderschönen guten Tag Wir testen heute mal ein neues Spiel was eigentlich schon relativ erfolgreich ist Ich allerdings bisher noch nicht gezockt habe und zwar Candy Crush Saga Und da ich bisher noch nicht so ganz weiß worum es geht Fangen wir einfach mal an würde ich sagen Es scheint auch los zu gehen Hier Level 1 Ziel 300 Booster auswählen Kuchen gibt es da glaube ich Einen Ball oder irgendwie eine Uhr Denkt man dass man da die Zeit einfrieren kann Natürlich wollen wir unseren Highscore erstmal nicht mit Facebook kombinieren Und starten dann einfach mal in die ganze Runde hier Ziehe dieses Bonbon nach links um drei gleiche Bonbons zu kombinieren Ah das ist glaube ich Das gleiche wie bei Poo Das ist so dass man bei Poo das eine Spiel wo man die Punkte in die richtige Reihen vorgebringen muss Ah ok man kann aber hier nur einen weiter schieben nicht alles Aber wir haben es geschafft Damm 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 2040 Punkte weiter Wo geht es hin Tack 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 Da wandern wir weiter Ziel 1900 Okay auch das geht hin Versuche vier Bonbons zu kombinieren Ja Um ein Spielbonbon Ne Spezialbonbon zu erhalten Kombiniere es für eine Reihen Explosion Mehr Kombinationen verhelfen dir zu einem höheren Punktgestand erzielt Um das Level abzuschließen Okay Kann man denn irgendwo vier Stück kombinieren? Über Ecke geht nicht ne? Ne Mh Mh Tadadadada Blöd Müssen ja schon irgendwo drei sein Damit man das so über vier Stück kopieren kann Äh Oder vier Stück kombinieren kann Das wäre ja ein bisschen äh Sonst unmöglich Ding 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 Gucken wir einfach mal weiter Was hier noch so geht Guck mal wieder was aus Okay Da haben wir grad auch so ein Spezialding Scheinbar gezündet Mh Ach hier unten zeigt er auch die Züge an Mit denen man das erreichen muss Okay Nehmen wir jetzt noch eins hoch Bam 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 Machen wir hier unten nochmal Gucken Guck mal da Na Na Mal kurz einen rausgehauen zum Schluss 10.000 Punkte höher Das kann man doch äh So nehmen Und wir gehen weiter Und wir gehen weiter Level 3 4.000 Na überspringen Scheiß Tutorial hier Brauchen wir nicht mehr Weiß jetzt wie es geht Ähm Es hat ja gesagt 4000 Punkte mit 18 Zügen Ne Ja Das wird immer mehr Das wird immer mehr Übergeben Das wird aber grad irgendwie knapp glaube ich Ah 4 Top Muss ich das da kombinieren damit ich Womit kann ich das denn kombinieren 2.400 2.400 Jetzt wird es trotzdem eng Ah Nochmal vier Ah jetzt müssen wir noch Das ist wieder ein grünes Spezialbonbon Das heißt das können wir jetzt wieder mit dem grünen kombinieren Ah top da haben wir es Sweet Ah Noch eigentlich 100 Punkte fehlen uns Weiter Ben Level nicht geschafft Nochmal Ja Du 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 So Da haben wir wieder ein blaues extrabonbon Bam Oh nein hätte ich grad ein grünes gekriegt Wenn die nicht das weggedroschen hätten Ah wie auch immer Jetzt haben wir schon 11.000 Punkte mit 4 Zügen Ähm ja Dann will ich mich mal nicht beschweren Er hat auf jeden Fall geil gut aufgeräumt Und wir gucken mal weiter Was könnte ich denn jetzt noch machen Da Fängt an zu blinken sogar Top Auch wie bei Pooh im Endeffekt Ja Ding 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 Ach das war dumm Da hätte ich eine 4er Kombination machen können Dem Lack Er haut alles weg Das hört sich irgendwie nur so Matrosenmusik hier an der Nordseeküste Zack wir haben es doch wieder geschafft So und ich würde sagen ich gehe erstmal wieder raus Und dann machen wir gleich nochmal eine Runde und dann So haben wir das zusammen und haben dann eine etwas längere Folge So bis später Tschüss